Das ist irgendwie wohl entspannt mit Shadowplay. Ich seh's aber nicht. Wenn man keine Anwendung starten muss. Man weiß nicht, ob man aufnimmt. Das ist mein Problem, weswegen ich's nicht machen würde. What the fuck? Okay, hey, chill, chill, chill. Drei, zwei, eins. So. Letzte Folge oder so, würde ich sagen. Aber nur von Lego Star Wars 3, nicht von Lego Star Wars. Oder auf jeden Fall von der Story von Lego Star Wars 3. Wer weiß, ob wir hier nochmal hin zurückkommen. Oder wer weiß, ob das hier wirklich das Letzte ist. War das der hier, ja, ne? Ja, das ist der Letzte. Das ist Nummer 5. Poggle, der Geringere. Das ist das Vorletzte. Ach, fuck. Vorletzte. Nee, da stand Story im freies Spiel. Da, fuck. Ja, genau, weil du auf den Planeten gedrückt hast und nicht... Oh, jetzt können wir auch überspringen. Oh, jetzt plo, plo und... Nee, plo und fast. Hatten wir die hier? Mit Anakin und diese Person hier links hinter mir? Wer ist die links hinter Anakin? Ich will zurück zum Raumschiff. Ja, ich bin Anakin. Cool. Ich bin Rex. Tyrannosaurus Rex. So. Jetzt gehen wir... Ach so. ...zu Vermächtnis des Terrors. Okay, Story. Was wird uns wohl erwarten? Ein Vermächtnis des Terrors. Wie heißt die? Aluminara. Ah, Aluminara, genau. Ach, nicht schon wieder Schlachtfeldmission. Und er lacht uns aus dafür. Nicht Luminara. Tschüss. Wer weiß, vielleicht wird's ja gar keine Schlachtfeldmission. Ich bezweifle es fast. Wer weiß. Sei optimistisch. Okay. Es wird keine Schlachtfeldmission. Also ich bin optimistisch. Und erst mal dem Klon fällt der Helm weg, fast. Ein saugutes Deutsch. Nein, das wird keine Schlachtfeldmission. Doch. Das ist die coole mit den Zombie-Gamorianern. Mit was? Das sind gar nicht Gamorianer. Das sind Geonosianer. Gamorianer, genau. Was? Wieso nicht dreimal? Dreimal ist die goldene Zahl. Das waren nur zwei Tote. Äh, zwei Statuen. Oh, das wird vielleicht sogar ein cooles. Das wird eine Mischung aus Schlachtfeld. Nein, das wird gar kein Schlachtfeld. Obi-Wan macht Schlachtfeld. Die macht unten irgendwas anderes. Nein, ich kenne doch die Folge. Doch. Schlachtfeld. Was für ein Schlachtfeld. Die haben da gar keine Armee. Du und welche Armee. Lach mich bitte aus, wenn das jetzt doch eine Schlachtfeldmission wird. Ich verweise nur darauf, dass die, ähm, dass die Gankens auch noch eine Armee hatten. Also im ersten Teil du und welche Armee. Ja, aber wie gesagt, ich kenne die Folge. Das wird keine Schlachtfeldmission. Ja, die können auch so Schlachtfelder reinbauen. Ha! Ha! Ich bin Anakin. Ähm, ja gut, dann schnapp ich mir Rex und mach diesen Goldhaufen kaputt. Komm her, Rex. Kommt her, Leute. Gut, dann bin ich irgendwie warm. Cool. Oh Mist, da müsst ihr was ein. Sehr gut. Gut, dass du im Weg gehst. Im Weg gehst. Warte, stopp, stopp, stopp. Danke. Dann kann man dir auch nicht helfen. Ja, ich dachte, ich sammle einfach die Münzen ein. Ich hatte ganz vergessen, dass wir uns nicht gegenseitig töten können. Tss. Sag mal. Das ist, das nervt so. Wieso, wieso hören die auf, mir zuzuhören, sobald ich ein Ziel erledigt hab? Ha! Warte, ist da was? Achso. Ah, da kann man mit dem Laserschwert hochklettern. Ja. Du weißt, was du gleich zu tun hast. Vielleicht ist das sogar eh gewollt. Also ich schau nicht. Anakin. Ähm. Muss, was muss ich da drücken? Weil, hä? Einfach nur zur Seite. Weil, äh. Du hast es drauf. Nee. Kannst du mal bitte warten? Wozu? Ich will da... Nein! Okay, okay. Komm her. Jetzt hoch. Jetzt rauf. Ja. Ich hab dir mal vertraut. Wunderschön. Ähm. So, ich schätze mal bauen. Nein, dann nicht. Doch, erst kaputt machen. Oder? Obwohl, nee. Das ist einfach zusätzliche Münzen, glaube ich. Nein, hier wird was gebaut. Bau mal. Wenn ich das dann bauen? Ja. Legos da, es wurde downgeloadet. Nachhalb von drei Minuten. Müsst du da... Achso, da hinten ist noch was. Ist das wieder gold? Nee, das fehlt noch was, ne? Kannst du den Typen... Ah. Mach du mal. Was? Linke Seite vermutlich. Ich denke auch. Wahrscheinlich da, wo die bunten Steine waren. Da? Richtig. Ah, ähm. Oder ist das nur eine Sache für Silph? Haha. Ähm. Nö. Ich begrabe mich einfach. Erstmal alles aus dem Weg nehmen. Ich würde auch sagen. Ähm, warte, warte, das Grüne kommt jetzt. Ich komme hier nicht weiter mit dem Grün. Kannst du das Gelbe nehmen? Warte, ich... Stopp. Halt, 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 stell ich doch. Okay. Nein, ich meine, du nimmst es. Achso, Mann. Warte, das klappt aber vielleicht echt. Stopp, stopp, stopp. Warte, jetzt. Nein, nein, so. So. Nein, Tim, jetzt echt. Kannst du mal ganz kurz... Warte, das geht. Guck mal, stopp, stopp, stopp. Good enough. Siehst du? Wunderbar. Nein. Wer will schon bauen? Stapeln reicht. Guck mal, guck mal. Nein, verändere nix. Warte, ich baue das noch kurz obendrauf. Ja, Tim. Warte, das geht. Ha. Ja, geil. Und jetzt hast du runtergestoßen. Ach, fuck, hier braucht man Silber einen Scheiß für. Ja, also brauchen wir eine richtige Treppe. Äh. Soll ich jetzt bauen oder nicht? Alles runter. Alles. Ich weiß, die stehen schon richtig bis auf dem Boden. Oh ja, du hast recht. Okay, reicht. Wo ist der... Da ist Raketenman. Tim, du bist doch ein Idiot. Dankeschön. Nein, das war gar nicht Raketenman. Äh. Hör. So, jetzt. Kannst du mich mal bauen lassen? Das... Haben wir Raketenman irgendwo? Da sind die Kerle. Kannst du das Rote mitnehmen? Nein. Nein. Ich will da... Guck mal, was... Guck mal, die Teile antimm. Was tust du? Das hat das Gelbe mitgenommen, obwohl ich nur das Blaue bewege. Was kleben die jetzt aneinander? Oh, ich hab was grad gefunden. Was denn? Ähm. Ich will das Gelbe nicht mitnehmen. Du bist aber auch ein Held. Ich will... Kann ich mich da draufstellen? Vielleicht? Versuch mal. Mist. Oh, endlich. Okay, jetzt bring das... Das Blaue auf... Auf den Boden. Genau. Ja. Und jetzt das Grüne. Genau. Komm, nimm das Grüne. Ich bin gar nicht Obi-Wan. Hä, aber wo kommt das Rote hin? Irgendwo. Ähm. What the fuck? Klappt. Okay, ich tu das mal weg. Ich weiß noch nicht, wie es richtig ist, aber... Hä, gehört das Rote vielleicht ganz runter? Kannst du das jetzt irgendwie da auf die Stufe vor mir packen? Ja, ich versuch's. Kannst du mal mit der Macht anvisieren? Dank. Ähm. Ähm. Oder stehe ich da jetzt drauf und der... Nein, jetzt warte, 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 warte. Ich wette, es gibt so eine einfache Methode dafür. Natürlich. Haha. Das hier habe ich nicht gesehen. Ähm. Wow. Muss ich auch noch hochkommen? Komm einfach mal hoch, dann sehen wir besser. Ähm, aber ich glaube... Scheiß auf das letzte Stück. Ja, aber die anderen müssen vielleicht mit hoch. Nee. Okay. Ich wette, es steht hier zum Weg. Ich wette auch. Ich bin auch der Einzige, der sich in einem Lego-Spiel erschrecken kann. Die Kunst ist, es nicht zu zeigen. Ähm, wir wollen... Ist das Grievous? Nein. Oh, ich dachte schon. Jetzt brauchen wir Grievous drauf. Eigentlich geht man hier runter. Mann. Worunter? Draußen. Hinninninninn. Äpp. Guck hier. Eigentlich gehst du hier rein. Geh mal da rein. Versuch's mal. Achso. Wow. Jetzt haben wir den blauen Stein da drin. Nicht. Haha. Spider webs. Achso. Ey, ey, ey. Achso, ich will dich gar nicht angreifen. Also, normalerweise schon, aber gerade nicht. Ich bin doch nur ein hilfloser Cody. Ich finde es cool, dass die ihre Taschenlampe jetzt anhaben. Oh. Spider-Man. Kommt. Ist das wieder so goldener Scheiß? Nee. Mass Destruction. Meins, 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 meins. Ja, nimm dir. Meins. Hm, hier. Nein. Ja. Shit. Ich will eigentlich Obi-Wan werden, aber ich will die Netze immer noch rausziehen. Ja, ich sammle du... Du sagst, nimmst dir jetzt den Kassenstein. Nein. Warum würde ich sowas tun? Weil du geldgierig bist. Ich doch nicht. Unersättlich. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ach ja. Wie sind immer diese Scheiß-Vorurteile? Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Wir haben leider keinen R2. Und hier ist... Wofür denn? Oh. Hey, wir können Typen zerschlagen. Wen? Ja, das nicht. Das ist, glaub ich, mit R2 irgendwas. Oder das brauchen wir hierfür. Ach ja, wahrscheinlich ist das echt für R2. Well, well. Ich bin jetzt so wie Wan. Hey, kannst du die Teile irgendwie rauskloppen oder so? Gleich, gleich, gleich. Nee, die muss man doch drauf anschießen. Das ist golden. Too bad. Oh. Irgendwie, du hast keine Kohle. Irgendwie, äh, kannst du mal, danke, dann mach ich das halt. Kümmer dich mal um die Wand da hinten. Welche Wand? Da hinten, ja. Ey, keine billigen Jump-Scares hier. Stell dir vor, das aus Ero-Perspektive. Wozu ist das hier? Baut zu gar nichts. Da muss man irgendwas drauf fahren. Vielleicht das Ding von hinten. Das mag durchaus sein. Ja, ich lasse die Tausende da nicht. Vergiss es einfach. Hier hinten links war noch Zeug. Halt Ausschau nach Jump-Scares. Fick dich. Nur weil ich mich einmal erschrocken habe. Nein, ich meine, weil du die töten musst. Echt? Ja, und dann gibt es ein Kalister. Ist das so wie den hier? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hier hinten ist noch was zum rausziehen. Ähm. Ich sag mal, du musst wen zusammenbauen. Wen zusammenbauen? Ja, den Liedern. Hilf mal. Fang mit den Beinen an, ja. Ähm, wo ist das andere Bein? Wahrscheinlich hier oben. Dann den Körper. Dann den Arm. Äh, wo ist der andere Arm? Ähm. Ist das das Teil hier oben? Der Arm fehlt, oder? Warte. Aha. Ähm. Genau das war der Plan. Warte, warte, oh. Da war noch ein Skill-Edge. Äh, äh. Okay, die Zombies kommen. Zombies? Warum sind das Zombies? Weil die Würmer in sich haben. Und die leben eigentlich gar nicht, aber die Würmer in denen leben die. Und deshalb stehen die potenziell immer weiter auf. Was hier jetzt nicht ganz akkurat ist, aber egal. Ich ziehe jetzt diese Säule hier raus. Warum? Weil sie dann nicht mehr rauskommen. Ha! Wusste ich. Wer ist das? Magna Wächter. Robinho. Vielleicht ist Robinho macht ne Wächter. Robonino? Ist definitiv... What? Wo? Äh? Wer hat sich denn diese Übersetzung ausgedacht, wenn das stimmte? Ach shit, das muss ich echt rausziehen. Mach mal die Säule. Ach so, ich stehe im Beet. Äh, das war der Plan. Das hängt zusammen. Oh, ich sehe einen Stein. Du hast mich schon fast wieder aufgeholt, obwohl ich den Zehntausender hatte. Das ist echt cool, wie sehr die den Kampfstil auch an Clone Wars gehalten haben. Welchen Kampfstil? Von Anakin oder Obi-Wan? Nein! Meins. Ich lasse das mal. Oh ja. Ich mach grad beim Einsammeln. Boah, dann muss ich mich um irgendwelche Zombies kümmern. Anakin, ich brauch dich. Oh, da war noch was. Okay, weiter. Ich hab keinen Bock mehr hier drauf. Äh! Oh, jetzt kommen wir zur Königin. Zur Königin? Von was? Von Würmern oder wie? Oh, what? Oh, ähm, ja. Ich glaub, die Folge hab ich sogar geguckt. Kann sein. What the fuck? Das ist aber immer noch so ein Gamoriel, ähm, Geonlosia, ne? Ja. What? Why? Wie, why? Wieso war da ein Mech? Der Mech ist weg. Hehehe. Mit, mit Macht wiederholen, oder? Endshaft. Das ist interessant. Ähm. Das ist... Ähm, ich bin für die Säule. Ja. Ähm. Wo bin ich hin? Ich bin unten reingefallen. Ich glaub ich auch. Ja. Ähm. Ich glaub sie schießt. Ja. Was schießt sie? Keine Ahnung. Ah ja, ich weiß es nicht. Warte. Ich glaub ich wechsel mal hier drauf. Möglicherweise eine gute Idee. Also sie kann man auf keinen Fall, äh, kaputt machen. Ich hab nur grad keinen Plan, was wir machen müssen. Wie macht man Silber kaputt? Ähm, eigentlich mit irgendwas Explosiven. Was wir nur leider gerade nicht wirklich haben. Achso. Wie kommt man hier hoch? Oh, vielleicht können wir die Bälle zurückschmeißen. Ah. Oh nein, die müssen wir hier rein, Garantie tun. Oh, meine Stimme verabschiedet sich. Ja. Was sind das? Keine Ahnung, aber wir müssen es da rein tun. Also die Lilan können wir holen, die... Genau. ...weißen nicht. Zehn Stimme, ich wette. Komm, Lila, komm, sag, dass Lila ist. Natürlich ist Lila. Ja. Sollte schon reichen. Ähm. Na gut, dann lässt sie uns halt noch nicht. Äh. Das hätten wir aber locker geschafft. Eigentlich schon. Aber gut, aller guten Dinge sind drei, ne? Lol. Ich glaub, die kann man auch mit der Macht kaputt machen. Nein. Doch, die Bälle da. Wir können es höchstens auf... Sieht leid. Oh, jetzt ist es ein Linas. Na gut. So, hoch da. Yeah. Ach, na toll. Nein, Job. Ja. Und jetzt? Jetzt, äh... Luminara freilassen, vielleicht? Wäre ein Plan. Ähm. Oder einfach alles kaputt machen. Das klappt nicht. Ähm, was ist das? Eine Bombe. Oh, ob sie, ob sie machten. Dafür brauchen wir bestimmt nicht die hier. Vielleicht hier drauf. Hier hinstellen. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Fett. Danke, danke, Klon. Das geht hier trappen. Wir müssen die Dinger vor den Eingang schieben. Ja. Klon. Das warten wir nicht. Okay, hier rüber. Jawoll, los. Ja. Push in, push in. Ja, so. Erste Stufe. Hä, war das gut? Perfekt, perfekt, perfekt. Los, Obi-Wan, stirb. Was? Ach, meine geliebte Wand, guck mal. So. Ach so, ich muss Obi-Wan werden. Hä, ich komme da nicht mehr raus. Der hüpft da nicht mehr. Tim. Mist. Ähm, was? Oh. Ähm. Tim. Jawohl. Ich glaube, das war's, oder? Vielleicht. Oh, schnell zu Luminara. Mach du, lass ich dir hier hoch. Nochmal. Oder auch nicht. Ja. Easy. Und alle lassen Luminara. Da kommt jetzt so ein Wurm raus. What the fuck? Ihr fehlten Arm? Ach doch, ne. Okay. Oh, Alter. What the hell? Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Möglicherweise. Oh fuck, was ist das da hinten? Ja, genau. Ja, nein. Du hast das ganze Geld gerade. Finde ich nicht schlimm. Schneller. Nein, kein Skype. Tim, wir müssen nächstes Mal Skype ausmachen. Ja, ich weiß. Fuck. Einfach drüber hüpfen, Tim. Oder Klone nehmen. Oder so. Oder Skype ausmachen. Oh nein. Die Klone werden zurückgelassen, oder? Keine Ahnung. Komm, irgendwas von oben. Danke. Ja, genau. Als ob. Als ob das im Film so war. Wen kümmert das? Yeah. Freispiel. Damit sind wir fertig mit diesem Spiel. Ich würde nicht zu Fallout sein. Das waren 6, 6 und 6. Das heißt nichts. Meinst du noch ein finales Level, oder wie? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt zu viel Steine. Wir müssen was ausgeben. Eigentlich schon. Aber wo? Story abschließen. Ich habe immer noch nicht gefunden, wo man böse kaufen kann. Und Obi-Wan. What the fuck? Dooku ist nicht Kylo Ren. Was? Dooku ist nicht Kylo Ren. Yay. Das war es doch, oder? Also bis aufs freie Spiel. Ich meine, das sind erst 36 Prozent. Das kann eigentlich gar nicht sein. Doch, wir haben kaum was bekommen. Ja, kaum Kanister und so. Ja, aber selbst dann... Okay, lass mal gucken. Was ist das hier unten? Was ist das hier unten? Keine Ahnung. Arcade-Modus, Charaktere. Eventuell spiele ich sonst einfach für mich so ein bisschen und sobald irgendwas Neues mir... Malastare? Es geht noch weiter mit dem Zillow-Beast? Oh, das ist ne... Das ist ne coole Mission. Also, die Folge war cool. Also, es hat Potenzial. Lass mal gucken, ob... Wo kann man böse kaufen? Ich check's einfach nicht. Warte, wo war mein Held? H, glaub ich. Ich weiß es nicht mehr. Das war's ganz bestimmt nicht. Egal, wurscht. Wir machen jetzt... The Zillow-Beast.